Die sich hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neuwertige Penthouse-Wohnung befindet sich in Münster. Das Objekt wurde 2011 erbaut und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Wohnung ist luxuriös ausgestattet. Bei einer Wohnfläche von ca. 49 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Penthouse-Wohnung auf 668 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.